Willkommen zu unserem neuen Video über Singapur, einer der am schnellsten wachsenden Städte Asiens und eines der beliebtesten Urlaubsziele weltweit. Hier erwarten dich spektakuläre Sehenswürdigkeiten, lebhafte Stadtviertel, grüne Parks, Strände und eine Vielfalt kulinarischer Erlebnisse. Die Löwenstadt ist randvoll mit beeindruckenden Attraktionen. Dazu zählen das weltbekannte Marina Bay Sands, die berühmten Gardens by the Bay und das imposante Riesenrad Singapur Flyer. Wenn du durch die engen Gassen schlenderst, taust du in eine völlig neue Welt voller Farben, Gerüche und Klänge ein. Und vergiss nicht, Chinatown zu besuchen und die tolle Streetart zu bewundern. Genieße atemberaubende Ausblicke vom Merlion Park, wo du den charakteristischen Löwenkopf mit dem Fischkörper bestaunen kannst. Besuche auch das historische Stadtviertel Camponglam mit seiner bunten Kultur und den malerischen Straßen. Natürlich darfst du die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in Singapur nicht verpassen. Egal ob luxuriöse Einkaufszentren oder traditionelle Märkte, hier findet jeder was. Singapur bietet mit seinem pulsierenden Nachtläden und atemberaubenden Rooftop-Bars auch nach Sonnenuntergang eine Fülle an Unterhaltungsmöglichkeiten. Und wenn du ein Foodie bist, ist Singapur das Paradies für dich. Von den weltbekannten Hawker-Centern bis hin zu gehobenen Restaurants kannst du dich hier durch die vielfältigen Aromen der asiatischen Küche probieren oder auch internationale Spezialitäten genießen. Egal wonach du suchst, Singapur wird dich auf jeden Fall begeistern. Die Stadt ist zweifellos ein absolutes Highlight. Ob kurzer Zwischenstopp oder ausgedehner Urlaub, Singapur ist das perfekte Reiseziel. Hier gibt es unendlich viel zu entdecken und zu erleben. Lass dich also in diesem Video von dieser faszinierenden Stadt in ihrem magischen Bann ziehen und vielleicht genießt du schon bald ihre einzigartige Atmosphäre vor Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020